Überall krachen hier irgendwelche Raumschiffe runter. Spaß nicht. Okay, ein bisschen. Okay. Ich bewege mich doch schon. Oh, Scharfschutzengewehr. Will ich das haben bestimmt, oder? Komm, wir nehmen es mal mit. Wow, okay. Die haben einfach noch mal Barrikade zum Mitnehmen, oder was? Was schießt denn hier noch? Ach du, da oben. Halt, ich lade nach, so. Okay. Geh weg. Okay, nicht in der Nähe stehen, wenn das Ding explodiert. Muss nicht sein. So, wo ist es? Gut. Ich war es nicht. Nein, ich schnippere nicht gerne. Nein, nein. Würde ich niemals tun. Okay. Läuft doch eigentlich ganz gut. Das ist gar nicht, was die alle haben. Einfach mal jeder ein Schlippergewehr in der Hand und dann geht das schon. Das ist diese komische Mächtige am Barrikade, ne? Bleibt doch mal liegen hier. So, das war die. So, das war die. So, und das war die andere. Okay. Dann mal ganz kurz gucken hier, was haben wir in der Kiste drin. Auftreten, auftreten, schweres Maschinengewehr. Ich würde das ja gerne tauschen gegen Granaten oder so. Aber das ist jetzt einfach mal nicht drin. Na dann. Mach mal. Was ist das? Erfassungslaser. Ja, nimm das doch mal mit. Kannst du hier hoch? Okay. So, wie funktionierst du jetzt? Ach du Scheiße. Fahr's nicht. Wie viele von den Dingern kann ich denn hier immer anvisieren? Vier Stück, ne? Na, das geht schon. Ah, dann muss das ja hier machen. Da hinten ist übrigens eine Aufrüstunggefahr, die hätte ich gerne. Bei Gelegenheit. Ich glaube, ich darf es noch nicht mal einsammeln. Also kriege ich meine Auffassung ja doch noch. So Nein Das kommt davon, wenn man eine Aufrüstung haben will Hm Doof gelaufen Okay Aber ich hab meine Aufrüstung behalten Ist ja cool Wenigstens etwas hier Und ich hab auch wieder Munition Für die tolle Waffe hier Oh du Scheiße Ist ja hier so ein Riesenroboter da Ja Gott Okay Ich glaub das war nicht so eine gute Idee Kann sich nur eine Stunde haben Vielleicht kriegen wir das Ding da hinten noch kaputt Oder vielleicht Oh komm Ach Waffe ist leer Er sagt das doch Okay Schöne Scheiße Nein Mach das so zu Lass mich zurück Das darfst du Ich muss da auch mal rumschreien Dafür dass er gerade eine Kugel ins Knie gekriegt hat Kann er schon wieder gut stehen Anklopfen hätte auch gereicht Sam Ich geh nach oben Okay Also hat sich auf jeden Fall gelohnt Hähne einen da zu retten Immerhin ist er jetzt tot Finale Fehler Ja Kriegen wir hin Hoffe ich Glaube ich Ich hab keine Ahnung Das ist der Schlaffer Staubzauger Okay Da Dir helfen Und ich krieg dadurch ein schweres Maschinengewehr Was ich jetzt Auch mitnehme Oh Gott Machen wir da oben da den Penner weg Oh da oben haben wir auch einen Den sehe ich jetzt nur gerade nicht so richtig Okay Plus Zinsen Tschüss Penner Was Oh shit Okay Wie sieht's hier aus Ach die werden von da oben beschossen Von irgendwas Oder irgendwem Und da ist auch noch einer Wo kommst denn du her Puh Nein Penner Mehr sind nicht Oh warte ich an Schlimmes Wenn ich hier sowas fällt sehe Oh nein Und wieder kehrt den Arsch Okay Wo ist das für ein Hinterhalt Shit Oh Gott Immer weg mit den Pennern Die da drauf sitzen Dafür haben wir unsere tolle Nachgeladene Aufgewertete Schrotflinte hier Ich habe ja jetzt nicht so die Mega-Durchschlagswaffen eigentlich Obwohl ich habe noch Granaten Granate Und er hängt wieder manchmal Und ich bin tot Warum Das Spiel hing Ich habe nicht gesehen warum ich tot bin Ich war einfach tot Panzerabwehrpistole Das klingt gut Das klingt Nach einer Waffe für diesen Job hier Kacke So Und wieder in Deckung Deckung Krass Also für Schaden halt Das Ding auf so ein Ding ins macht Aha Da hinten leuchtet es Sag doch Dass es da hinten leuchtet So Easy Gar kein Problem Und ich mühe mich hier ab Hätte man mir auch gleich sagen können Okay Das ist ja schlimmer als ich dachte Wartet dort Drei Victory MTW sind auf dem Weg zu euch Endlich kann man sich auf was verlassen Eure Dapaschinenkanonen sind ne tolle Sache Muss ich schon sagen Ja sind ne tolle Sache wenn sie funktionieren Und man nicht gerade am sterben ist Okay Und nu Aber ordentlich In meinem Anzug sind Sprengkörper Was Achso Boom Hab ich getan Ab durch die Dunkelheit Schalalalala Da kam nicht durch den TÜV Schlauköpfe War ja klar Okay Also wirklich Okay Was haben wir denn hier in der Oh shit Oh kacke Oh kacke Oh kacke Oh kacke Oh kacke Ist nicht gut Ist nicht gut Ist nicht gut Okay Wir haben es irgendwie geschafft Wir haben es irgendwie geschafft Puh Gar nicht so einfach wie es vielleicht aussieht Scheibenwerfer Oh kacke Scheibenwerfer Oh kacke Besonderlich Besonderlicher vertief zu sein Wir nehmen wir die Schrot Shit Was Ja das sagst du so einfach Ich hab gar nicht gesehen dass da irgendwas durchgekommen ist War abgelenkt von der Kiste Einen Raketenwerfer Ich glaub den kann ich gut gebrauchen Jetzt hätte ich auch gerne hier ein Scharfschützengewehr aber hab ich nicht Mist Ja ich muss aber auch hier ne und so und sterben muss ich Weil sterben ist voll in Mode gekommen Das kann man mal machen Okay Kontrollpunkten laden bitte Shit So Das ist das Okay T Drücke T Drücke T Ah ne mit E geht das Verdammt Ja ich muss aber auch erstmal hier abhauen Aber sonst hab ich hier so ein kleines gesundheitliches Problem Okay Gehen wir hier mal hoch Guten Tag Mach doch mal nicht so einen Nahkampf hier Schöne Scheiße Oh nein Haut er mir einfach da die Dinger weg Hier ist noch ne Flinte Brauch ich Nicht unbedingt Aber nur gut Guten Tag Ich wollte mal guten Tag sagen So Flinte noch weiter ausgerüstet Schweres Maschinengewehr Ja Ne jetzt gerade mal nicht Ich bin ja dabei Ich bin bereit Nein bin ich nicht verdammt Okay Dachte das würde schon reichen So ein bisschen Aber nö Na warte 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 Okay Okay Ja Stress mal nicht ja Mal ganz im Ernst Stress mal nicht Immer schön locker bleiben und so Guten Tag Ich bin neu hier Ich bin hier für die Deko Aua Haut er mich einfach Ich glaube es hackt Bam Okay Was du nicht sagst So hier hätten wir nur wieder schwerer Maschinengewehr Das ist mir jetzt relativ umpe Das wird für die Barrikade nicht ganz reichen Jaja ich weiß Schon dabei Dauert halt nur so ein bisschen bis ich mich da durchgekämpft habe jetzt Oh Leute was macht der denn hier So Helfen wir den hier mal hoch Nimm das Nimm das Verdau das Äh so Lass mal ganz kurz hier ein bisschen Entdeckung Was du nicht sagst Vielleicht bin ich dabei das Problem zu beheben aber nein 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 Oh guck mal ein Raketenwerfer So Nehmen wir doch mal mit Und dann gehen wir hier mal hin Und weg hier Bin dabei Ich bin außerhalb des Strahlradius raus Boom Oh kacke Ich weiß nicht was das ist Aber sollte glaube ich nicht zu unserem Fahrzeug gelangen Puh Puh Okay Mist Das hat gut gesessen So Was ist das So die weg Die da weg Und dann klappt das hoffentlich Ohne große Verluste hier weiterhin Oh da kommen noch mehr von denen Lade nach Oh shit Ich weiß nicht was ich schlimmer finden soll Ganz ehrlich Wow Lade nach Lade schneller nach Oh oh Okay So Okay Sind wir jetzt durch Sind wir durch Oh Sturmgewehr Nehmen wir mit Puh Okay Anstrengend So Wir brauchen hier mal das Fahrzeug damit es hier irgendwie weiter geht Ist ja total knorke Ist ja total knorke Aber es macht nichts Hm Was Es bricht zusammen Ne ich hab erstmal Abstand genommen Ne ich hab erstmal Abstand genommen Alles klar Alles klar Davon erholt sich die Kolonie nicht so schnell Okay Zum Zentrum der Kolonie geht's geradeaus Nicht trödeln Wartet Der Weg vor euch ist versperrt Gibt's noch einen anderen Links vor euch müsste ein Frachtaufzug sein Damit kommt ihr nach oben Ja das kann ja was werden Ja das kann ja was werden Aber ob das auch wirklich was wird Das erfahren wir dann in der nächsten Folge von Vanquish Bis dahin viel Spaß auch noch Vielen Dank für's Zuschauen Und bis dann Bis dann